Liebe Hülterfreunde, beim Bauernhausen werden hier die Zuckerrüben gespritzt gegen Blattflecken. Mein Junior ist da und hilft mir. Der fährt jetzt raus mit den Zuckerrüben. Ich habe von der LMG Graswil wieder mal einen Traktor gemietet, mit einem Frontmähwerk und mähe da meine Hülterfreunde. Ich habe hier Traktor und Mähwärts getauscht. Ich habe hier den John Deere meiner Nachbarn zum Mähwärts zur Verfügung gestellt. Da ist ein kleiner Defekt aufgetreten und ich muss ihn jetzt wegstellen. Und mit dem Benz haben wir auch mal ein anderes Werk geholt. Und mein Junior fährt da ein anderes Feld. Und mein Junior fährt da ein anderes Feld. Ah, ich bin ein paar drei. Ja, dann fahre ich da mal. Ich habe schon hier. Geht auch noch recht. BQM Hydraulik. Eben hier an dieser Knopf. Und vorwärts, rückwärts hier. Dann wieder Hydraulik absenken und fahren. Funktioniert gut, vorwärts, rückwärts, schalten. Man müsste es auch nicht kuppeln und bremsen. Ja, aber ich helfe da mit der Bremse nach, damit da nicht zu viel auf der Kupplung, Arbeit auf der Kupplung bleibt. Kupplungsabnutzung. Jawohl. Plus, ähm, lassen wir auch noch hier vier Gänge schalten ohne Kupplung. So, dieses Feld wird mit der grossen Maschine zusammen gemacht. Und ich hole jetzt wieder beim Nachbarn den Johnny mit dem 3 Meter Kreiselschwader. Und mache da die Fläche, die Fläche da oben mit Bäumen. Da geht eine so grosse Maschine nicht. Ja, liebe Jürgen Freunde. Ich baue also mit dem Johnny. Und dem kleinen Kreiselschwader in Leifer-Anlage. Zum Feierabend gibt es noch ein Bier. Ein Burgdorffes Bier. Offen. Jawohl. Einer fuhr. gentl. GEDAKES